Deine Mutter erzählt, mit LKWs auf DSF die ganze Nacht von zwölf bis acht. Deine Mutter kann morgens nicht einmal ganz allein und in Ruhe auf die Straße zum Einkaufen gehen, denn sie wird sofort erkannt und alle Leute schreien sie an. Zieh den LKW! Zieh, zieh den LKW! Deine Mutter kann morgens nicht einmal ganz allein und in Ruhe auf die Straße zum Einkaufen gehen, denn sie wird sofort erkannt und alle Leute schreien sie an. LKW! DSF! LKW! DSF! LKW! DSF! LKW! Deine Mutter zieht LKWs auf DSF die ganze Nacht. Von zwölf bis acht. Deine Mutter zieht LKWs auf DSF die ganze Nacht. Von zwölf bis acht. Und da geht sie an den Start. Letzte Deutsche bei den 13. Weltmeisterschaften im Lastkraftwagen ziehen hier in Sindelfingen. Nennt sie Schmerzlager aus Potsdam. 53 Jahre und echt frisch kalt. Eine Augenweide. Sie wird unterstützt von ihren Kindern. Zedrick, Kevin, Jacqueline und der zweijährige Harfe und darf. Ja, dann tut die Oma auch noch weh. Einen herzlichen Dank an die Oma. Hey, 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 hey! Deine Mutter zieht LKWs auf DSL, die ganze Nacht, von zwölf bis ab. Deine Mutter zieht LKWs auf DSL, die ganze Nacht, von zwölf bis ab. Deine Mutter zieht LKWs auf DSL, die ganze Nacht, die ganze Nacht, von zwölf bis ab. Deine Mutter zieht LKWs auf DSL, die ganze Nacht, von zwölf bis ab. Von zwölf bis ab.